Willkommen zurück zu Star Fox Zero. So Leute, heute wird es episch. Heute steht die wohl genialste Mission an, die wir in Star Fox Zero bestreiten. Heute gehen wir nochmal nach Corneria. Eine Mission im Abendrot erwartet uns, man könnte fast sagen, verborgene Pläne im Birdman-Modus, so ein bisschen zumindest. Auf jeden Fall ein richtig, 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 richtig cooles Level. Und wir gehen es einfach mal an. Verborgene Pläne. Los geht's. Ha, los geht's Leute. Ich freue mich. Die coolste Mission steht an. Corneria im Abendrot. Und, Leute, das wird sowas von episch werden. Genießt es. Lehnt euch zurück. Ich mach das hier mal eben. Und, das gefällt mir nicht. Nö, das gefällt mir nicht. Zwölf jetzt. Ne, das kann ich nicht so stehen lassen. Das geht gar nicht. Entschuldigung. Ich hab auch Ansprüche. Ich hab ein bisschen Niveau. So, los geht's. Jetzt von vorne. Jetzt aber gut. So, genießt es. Lehnt euch zurück. Genießt die Angriffswellen, die jetzt auf uns zukommen. Eine Mission, die mich seinerzeit wirklich, wirklich geflasht hat. Und, das muss ich wirklich sagen, weil die Angriffswellen, das ist halt, das hat mich wirklich an Area 6 erinnert. Das ist wirklich das einzige, das einzige Star Fox Level überhaupt, was mit Area 6 aus Lioned Wars mithalten kann, was die Gegnerwellen angeht. Und, gerade das hier. Yes. Yes, das hat wunderbar hingehauen. Das hat Spaß gemacht. So. Wow, wir haben jetzt schon 88 Hits. Das ist ziemlich gut. Und, ich muss mich jetzt hier ganz schön konzentrieren, weil es ist echt, echt anstrengend, hier alle zu erwischen. Und vor allem dabei nicht selber getroffen zu werden, weil mit dem schwarzen A-Wing haben wir es natürlich relativ schwer. Ja, das kommt noch dazu. Wir dürfen hier nicht allzu oft getroffen werden. Also, dieses Level ist ziemlich happig. Ziemlich, ziemlich happig. Und auch von der Abschusszahl, die erreicht werden muss, relativ schwierig. 370 Hits werden gebraucht. Und das ist wirklich ohne den schwarzen A-Wing relativ schwierig. Relativ anspruchsvoll, muss ich sagen. Geübte Spieler schaffen hier über 600 Hits. Ich bin froh, wenn ich über 400 hinauskomme. Aber ich habe auch noch nicht allzu viele Übungen in dem Level. Ich kann nur so viel sagen. Ach, shit. Jetzt haben wir jetzt schon sehr, sehr viel Energie verloren. Jetzt muss ich kleinere Brötchen backen. Das lief jetzt auch nicht mehr so gut. Jetzt muss ich natürlich, als wäre ich jetzt auch mal eine riesige Bombe... Ne, einfach mal eine Bombe reinschmeißen hier, weil... Nicht, dass mich jetzt hier auf irgendeiner aus irgendeinem Winkel erwischt, weil... Ein Hit und wir werden, ja, leider ins Nirvana gehen. Das muss nicht unbedingt sein. Deswegen muss ich jetzt hier leider ein paar Hits liegen lassen. Aber Hauptsache wir überleben. Puh, und nochmal Hit plus 5 mitgenommen. Also, nehmt euch bei denen in Acht. Bleibt hier oben. Lasst euch nicht beim Feuer treffen. So. Und bei denen passt auch gefährliche Ringe. Und jetzt, Leute... Hier kommt gleich nochmal eine Stelle, an der man richtig viele Hits liegen lassen kann. Wenn man, naja, so wie ich jetzt gerade... Wenn man die zu sehr durchgehen lässt. Ich habe jetzt natürlich nur noch eine Bombe. Schaffen wir das, schaffen wir das, schaffen wir das, schaffen wir das, schaffen wir das? Wir schaffen es. Wir haben es relativ gut. Ja, 303. Irgendwo. Irgendwo muss ich ganz schön viele Hits liegen gelassen haben. Aber das war jetzt wahrscheinlich einfach die Stelle, wo ich so viel Energie verloren habe. Okay. Egal. Über 300 bin zufrieden. Und jetzt kommt Phase 2. Das geht viel zu schnell. Das hat doch Spaß gemacht. Warum ist das so schnell vorbei? Ja, ein netter Empfang. Entschuldigt, ich habe euch nicht ausreden lassen. Aber ich mag es so, über diese Mission zu reden. Tatsächlich. Sie wäre noch schöner mit einer gescheiten Steuerung. Es tut mir leid. Es ist einfach so. Aber wir kommen auch so damit zurecht. Das ärgert mich manchmal. Weil ich merke es gerade bei diesem Level. Es nervt teilweise ungemein, dass sich der Ausgangspunkt eures Fadenkreuzes hier so oft verschiebt. Dass ich es immer wieder justieren muss. Die Bewegungssteuerung ist hier einfach... Sie macht hier vieles kaputt, was hier bei dieser Mission sehr, 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 sehr schön sein könnte. Ich habe in diesem Display es immer vermieden, darüber zu reden. Ich komme ja auch gut zurecht. Und ich mag das Spiel auch irgendwo tatsächlich. Aber es hätte vieles, vieles besser sein können. Das ist halt ein bisschen schade. Gerade bei dieser Mission trauere ich dem ein bisschen hinterher. Hier hätte ich mir wirklich eine Leidethos-Steuerung gewünscht. Ziele dahin, wo du hinfliegst. Und nicht irgendwo in die Wallachai, wo dein Fadenkreuz sich gerade hin verschoben hat. Das ist halt das, was mir manchmal ein bisschen sauer aufstößt. Ah. Zumal ich die taktische Ansicht nach wie vor nicht wirklich abkann. Aber grundsätzlich ziemlich cooles Level. So. 30 Gegner. Die brauchen wir allerdings nur. Diesmal kommt kein Starwolf. Die brauchen wir nur, wenn wir noch eine zusätzliche Medaille wollen. Und die kümmere ich mich jetzt mal nicht, weil ich will jetzt hier Hits haben. Und das bedeutet, ich habe das jetzt schon gesehen, ich kümmere mich hier erstmal um die großen Schiffe. Jetzt haben wir aber, glaube ich, alle abgeschossen. Jetzt kümmern wir uns um das Kleinfieh, was auch Mist macht. Können wir uns hier so ein bisschen kümmern. Und hey, Bestleistung. Es hat sich gelohnt, auf die großen Schiffe zu gehen. Oh Gott. Was ist da los, General? Oh oh. Oh oh. Natürlich, General. Jederzeit. Ups. General? Ach, Slippy. Ach, du warst das gar nicht, Slippy. Oh mein Gott. Der Leader of the bunch. You know him well, Peppy. You know him well. Hier, hier, hier we go. Oh, er ist finally hier. Und performt für uns. Wenn du die Wörter kennst, kannst du mitmachen. Entschuldigt. Wir gehen erstmal hier rein. Jetzt habe ich natürlich Energie verloren. Schade. Ah, doch, doch. Ich habe den Hitbox 3 für den Laser bekommen. Gut. Okay. Ja, so. Eine Schwachstelle. Hm, dieses kleine, unauffällige rote X könnte doch eine Schwachstelle sein. Ach ja, ähm. Tut eure Hände zusammen, wenn ihr klatschen wollt. Während wir euch hier durch diesen Affenrap begleiten. Huh. DK. Eselkong. Entschuldigt. Oh Gott. Immerhin hat er keine Coconut Gun, die in Spurts feiern kann. Entschuldigt. Jetzt höre ich aber auf. Entschuldigt. So. Der ist gar nicht ohne. Ich mache das hier lieber mit Walker, weil da kannst du einfach durch seine Beine durch. Er hat mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen geholfen, mit dem DK Rap zu labern, weil ich konnte mich jetzt hier ein bisschen besser konzentrieren, ohne viel erklären zu müssen, weil der ist echt nicht ohne mit dem schwarzen Arwing. Ich fliege jetzt hier besser mal ganz schnell weg. Und so, taktische Ansicht ist hier insofern taktisch tatsächlich mal klug, weil ihr so, ähm, euch ein bisschen besser orientieren könnt. So, jetzt haben wir die Klappe auf. Der hat die Klappe etwas zu weit aufgerissen jetzt. Und jetzt schnappen wir ihn uns. Jetzt ist Schicht im Schacht, werter Herr Gigarella. Jetzt ist Schicht im Schacht. Wie ist es? Fuck. Fuck ey. So. Wir müssen ihn nämlich jetzt hacken. Und neuer Versuch. Oh shit. Da hätte ich einfach, da hätte ich früher die A-Taste drücken müssen. So. Dritter Versuch. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Mh. Wir haben's. Wir haben ihn geschafft. Finally. He's here for you. It's the last cover of the DJ. Wie, Hit plus 5? Wieso? So lange habe ich doch auch nicht gebraucht. Egal. Ihr seht Mission abgeschlossen. Was haben wir denn bitteschön falsch gemacht? Das werde ich euch in diesem Part noch zeigen. Erstmal genießen wir, dass wir 421 Hits haben. In meiner Übung hatte ich 440 Hits. Da habe ich aber nicht nebenbei kommentiert. Insofern bin ich mit 421 tatsächlich sogar sehr zufrieden. Also Hut ab. Hut ab von mir selbst. Ja, das ist überhaupt nicht eingebildet. Okay, entschuldigt. Ihr Sohn des edlen Films mit Laus. Du sagst es, Andross. Grrr. Andross. Das ist Andross. Nein, das ist deine Mutter. Ich weiß schon lange deines Erscheinen. Schaut, das Portal schließt sich. Bleibt wo ihr seid. Das übernehme ich allein. Fox. No! Fox! Genau so nervig wie E.O.N.I.E. Sogar auf Deutsch. Dieser Slippy. Ja, wir werden jetzt nicht nach Venom reisen. Wir werden die finale Mission noch nicht angehen. Denn Mission erfüllen wollen wir natürlich auch. Habe ich ja mir zum erklärten Ziel gemacht. Und das bedeutet, wir werden den Gigerilla jetzt nochmal machen müssen. Warum, weshalb, wieso? Das werde ich euch nach einem kleinen Cut erklären. Wir werden erstmal wieder zu den Standard-Arowings wechseln. Weil, ähm, den werde ich für diesen heftigen Kampf wahrscheinlich brauchen. Okay. Gut. Gehen wir es nochmal an. Und wir sehen uns gleich beim Gigerilla nochmal, würde ich mal sagen. Gut, dass wir wieder da sind. Jetzt heißt es handeln. Der Gigerilla taucht wieder auf. Und diesmal werde ich nicht den DK-Rap so sehr in den Vordergrund drücken. Also dieses Mal werde ich euch sogar mal was erklären. Ja. Die Rache des Gigerilla. Er hat noch mehr Komponenten als einfach nur das hinten auf dem Rücken. Er hat noch zwei Komponenten, die wir abballern müssen, um eine Mission erfüllt zu bekommen. Wir müssen also den Gigerilla wirklich unschädlich machen. Und das tun wir. Indem wir seine Hände außer Gefecht setzen. Und seine Brust. Ja. Er hat nämlich auch auf der Brust einen ziemlich üblen Laser. Und diese drei Komponenten, also zwei Hände und eine Brust. Eine Brust, genau. Müssten wir außer Gefecht setzen, um die Mission zu erfüllen. Und das mache ich mit dem Standard-Laser. Weil, ähm, ich weiß nicht, was es da für Taktiken gibt. Ich gehe da lieber auf Kamikaze-Taktik. Ich verschanze mich jetzt erstmal hier drin. Und warte auf eine gute Gelegenheit, auf seine Brust zu ballern. Und dann gucken wir uns die Sache mal an. So. Ja, sehr gut. So hatte ich mir das vorgestellt. Dass ich hier... Komm, dreh dich um. Na bitte, geht doch. Da ich von hier gut auf seine Brust ballern kann. Sehr gut. Das könnte klappen. Ich glaube... Au. Ich glaube, ich bleibe hier drin. Ich bleibe einfach mal hier drin. Auch für seine Händchen. Die Brust haben wir weg. Jetzt kommen auch die Händchen an die Reihe. Und... Genau deswegen will ich den Standard-Arwing haben. Weil mit dem schwarzen Arwing wären wir jetzt schon platt. So. Uiuiui. 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 Das ist trotzdem übel. Ich glaube, ich werde mir nochmal irgendwo Energie holen. Wir wollen nichts riskieren hier. Das lief jetzt... Ein bisschen schlechter, als ich gehofft habe. Vielleicht sollte man doch nicht einfach nur stehen bleiben. Aber gut. Was soll's. Jetzt, Freundchen. Ist es an der Zeit. Dich fertig zu machen. Deine Komponenten sind erledigt. Jetzt fehlt nur noch dein Hintern. Ja, jetzt werde ich dir den Hintern versohlen. Und dieses nette, unauffällige, rote X mal so ein bisschen beballern. Mit dem Walker. Ich finde, das ist mit dem Walker wesentlich einfacher. Es gibt Leute, die machen das aus der Luft. Ich finde das verdammt gefährlich. Ich mache lieber von unten. Aber du kannst wirklich durch seine Beine durch. Dann dich einmal kurz rumdrehen. Ach, das hat jetzt... Ja, das war Vorführeffekt. So, jetzt aber. Und dann... Druf. Durch die Beine durch. Und druf. Hinten druf. Ähnlich wie bei Ganon in Ocarina of Time. Das ist eine sehr, sehr einfache Taktik. So mache ich dir mal Platz. Oh shit. Jetzt müssen wir aber... Jetzt müssen wir die Beine in die Hand nehmen. Beziehungsweise die Walker-Beinchen wegstecken und mal kurz wegfliegen. Und jetzt mal wieder hier durch. Und dann... Aber dann, aber dann... Sagen alle typisch Fox. So. Weil jetzt... Es ist an der Zeit, ihn fertig zu machen. Jetzt oder nie, Fox. Ich habe mal wieder die Klappe zu weit aufgerissen. Und dieses Mal, bitte, Fox. Nicht erst beim fünften Anflug da drauf landen. Weißte. Du altes Hühnchen. Warum ist er da runtergefallen? Okay, probieren wir es nochmal. Versuch macht klug. Und... Ah, daneben. Aber vielleicht... Ich probiere es jetzt mal so. Vielleicht können wir hier noch hinterherfliegen. Oh shit. Shit, 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 shit. Boah. Gut. Die Raketen haben uns hier drauf geschoben. Wir haben es geschafft. Wir haben die Mission erfüllt. Hände sind weg. Brust ist weg. Hintern besiegt. Hit plus 10, obwohl ich länger gebraucht habe als vorhin. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Aber gut. Und... Die Hits lassen wir mal in Ruhe, weil... Psst. Ich finde 370 relativ hoch, muss ich sagen, ohne schwarzen A-Wing. Also, wenn du den nicht hast, ist das eine schwere Medaille. Aber gut, ich habe auch ziemlich viel ausgelassen, gebe ich zu. Ja, ja. Andross, du interessierst mich jetzt mal überhaupt nicht. Ja, ja. Der Sohn des edlen James MacLeod. Dich hatten wir schon. Wir gehen jetzt trotzdem noch nicht nach Venom. Das große Finale. Es würde passen, es im 20. Part zu beenden, das Let's Play. Dann hätte es genau 20 Parts gehabt. Aber... Ich wollte euch ja noch was zeigen. Ich habe euch ja noch was versprochen. Es gibt ja hier noch jede Menge Medaillen zu sammeln. Ich werde nicht alle holen, aber... Es gibt zumindest ein paar, die ich noch holen möchte. Und das werden wir im nächsten Part mal angehen. Ja. Der Grund ist folgender. Wir gehen jetzt nochmal ins Training. Weil zum einen haben wir die Landmaster-Halteprüfung noch. Die werden wir natürlich auch noch machen. Und dann haben wir noch den Roadmaster 2. Für den Roadmaster 2 brauchen wir allerdings 50 Medaillen. Ich will den Roadmaster 2 endlich mal kennenlernen. Und deswegen möchte ich diese Medaillen ganz gerne noch holen. 44 haben wir. Wir brauchen 50. Und das heißt, 6 Medaillen holen wir im nächsten Part noch. Dann machen wir die beiden Trainingsmissionen. Und dann, in Part 22, geht es Andross an den Kragen. Klingt das nach einem Plan? Oder klingt das nach einem Plan? Au! Ich hoffe, ihr freut euch. Bis dahin. Euer Weehawk. Bis des entsprechenden KOHK. Bis dahin.